Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno2205 und Leute kontaktieren die LEC immer noch wegen Aufträgen. Die sollten sie annehmen. Die sind sicher gewinnbringend. Machen uns jetzt daran, wieder ein bisschen Energie für unsere anderen Kontinente zu produzieren, denn wir wissen mittlerweile, die beste Energiequelle ist der Mond. Da haben wir eine Möglichkeit Energie herzustellen, die unendlich ist und die werden wir jetzt auch benutzen, nämlich unsere Fusionsreaktoren. Hier können wir noch ein bisschen ausbauen. Das werden wir jetzt tun. So, haben wir wieder knackige 6000 dazugewonnen. Und ja, das sollte auch erstmal reichen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob hier irgendwas in der Miese ist oder ob hier alles in Ordnung ist. Alles bestens. So, dann können wir von dort die Route zu den Arkiaschollen. Arkiaschollen brauchen auch ungefähr ja, sagen wir 1300 müsste reichen. Die andere Route hier werden wir den Rest hin transferieren. Objektprofil Und jetzt müssen wir hier Neuroimplantate noch herstellen. Und wenn wir die Neuroimplantate hergestellt haben, dann können wir in wie heißt das hier Viridische Bucht weitermachen mit unserem Eine schnelle und wirksame Lösung. Ich werde mich wieder bei Ihnen melden, wenn ich jemanden Zuverlässigen brauche. Ja, ähm. Genau sie wollte ich aufsuchen. Da gibt es ein Projekt, das sich für uns beide als vorteilhaft erweisen könnte. Jo boy. Volle Kraft voraus. Wohin soll ich die schleppen? Koordinaten bestätigt. Ja, auf jeden Fall müssen wir hier jetzt die Neuroimplantate machen und dann wollen wir auch irgendwann unsere 150.000 Investoren erreichen damit wir dann unsere Basis bauen können. So, und jetzt brauchen wir aber erstmal Oh, wo haben wir überhaupt noch irgendwo Und auch hier könnten wir noch welche dazu bauen. Richtig viel Platz ist hier aber auch nicht. Muss ich mal sagen Ja, das wird im Leben nicht ausreichen Da brauchen wir viel, viel mehr von Machen wir es mal auf einem anderen Planeten Äh, oder auf einem anderen Ähm Thailand Mehr Platz So, 20 Sagt er mir jetzt Auf jeden Fall noch was davon Und gucken wir mal Ob 20 schon reichen Fürs Erste Ja Das passt doch Verarbeite Informationen Und dann können wir jetzt hier weitermachen Weil wir hier müssen wir jetzt nochmal Unsere Quantencomputer und so weiter bauen Wobei, da brauchen wir jetzt auch die Prozessoren hiervon Ich muss, kann noch mal kurz gucken Ob ich da auch noch was einrichten kann Neue Transferroute von hier Ähm Arktis Die Geschichte hierhin Ja, da müssen wir nochmal in die Arktis Transferkranzverbindung wird hergestellt Ohne die Quantencomputer Man interessiert Aufträge für meine anderen Kunden zu erledigen Sie warten Quantencomputer Ohne die Quantencomputer kommen wir da nicht weit Also Werden wir mal gucken Ob das wir damit weitermachen Die Quantencomputer-Geschichten hatte ich alles hier unten Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch Platz war Reichen wird das hier vom Platz her nicht So Das werde ich auch brauchen Was brauche ich dann Davon brauche ich mehr Und davon brauche ich auch mehr Ich werde das jetzt rüber verlagern Denn hier bringt das glaube ich nicht mehr viel damit weiterzubauen Hier ist alles schon so voll Dass wir das dann einfach mal hier hin bauen Ja Dann haben wir das schon mal am Griff Aber ich denke, dass wir da Da fehlt jetzt was anderes Diamant fehlt Und Diesen Dödel schon wieder Ey Davon brauche ich so viel Dass ich hier bald alle Plätze belegt habe Das ist echt Wahnsinn So Passt Dann gucken wir nochmal Ob wir die Diamanten noch hier rüber transferieren können Ja Haben wir noch ein paar Passt Objektprofil wird aktualisiert Jetzt können wir aber hier weiter machen Wir machen dort Geschäfte Wo die Geschäfte sind Starte deinem alten Freund einen Besuch ab Sehr schön Beides genug Verarbeite Informationen Hier müssen wir mal kurz gucken Wie wir hier beim Weitermachen können Können Sie mir einen Stopp Roger Man, warum hat er das dann nicht abgegeben Der Idiot Schlechte Nachrichten Ich werde woanders gebraucht Verstand Geduld zahlt sich aus Für die nächste Phase ist alles vorbereitet Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Kugelprozessoren In Geredische Bucht Warnung Unerfülltes Die produziere ich jetzt gleich Erst verbleibende Zeit 15 Minuten Ja Die werden wir jetzt erst produzieren Achtung Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern Ach nee, gar nicht Die müssen wir von drüben Hier her schicken Neue Transferroute Bestätigen Verbunden Wird sich da jetzt auf Dauer mehr bilden Oder muss ich da echt 20 hin Schicken Ich glaube ich muss da echt 20 Rüberschicken Scheiße Gucken wir gleich nochmal Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal noch hier andere Sachen bauen Und zwar Die Replikatoren Und die Androiden Gehört ja alles zusammen Da haben wir ja hier uns noch genug Platz gelassen Ja, machen wir das mal hier hinten So Können wir nochmal ein paar Upgrades machen Wir haben schon das Maximum an Bio-Polymer erreicht Wo gehen aber keine Upgrades Goll Scheiße Dann mache ich einfach was anderes Und zwar Ich muss jetzt einfach nochmal ein paar Hütten So Das braucht ein bisschen Warm Oh Oh No Street Anbindung So So Da haben wir die Bio-Polymer erstmal verbraten So So Fünf Stufe 49 erreicht Ihr globaler Marktwert ist gestiegen Jetzt müssen wir schnell die Androiden bauen Wenn unsere Ich glaube unser Maximum an Einnahmen die wir haben können ist Fünfhunderttausend So Diamanten Schleifer brauchen wir Warnung Warnung Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern Und dann bauen wir nochmal hier so ein Kollegen hin Achso Da brauchen wir noch ein anderes Gebäude und zwar das hier So Wo hapert es jetzt Ah da brauche ich noch das Seltene Erden Und seltene Erden Brauche ich vom Mond Neue Transferroute Mond Seltene Erden Ähm Nein Falsch rum Neue Transferroute Mond Seltene Erden Bam Bam Und Das braucht nicht so viel So passt es schon Verbunden So jetzt haben wir es schon im Griff oder brauchen wir noch mehr von irgendwas Auf jeden Fall brauchen wir noch mehr hiervon Äh nicht davon Hiervon Und Wasser brauchen wir auch Und Hiervon brauchen wir auch noch was Wasser bauen wir dann nochmal das nächste Hierhin So dann passt das auch wieder Dann haben wir jetzt Alles wieder im Griff Ne Nicht ganz Da fehlen wieder Sachen Davon brauchen wir mehr Nein wir haben die 5 Millionen erreicht Fuck Wir brauchen Ich kaufe hier ein Land dazu Ist kostbar Worum geht es Weil wir hier sowieso bald neues benötigen Hallo Sie haben den Wunsch geäußert bei mir vorzusprechen Da bin ich Was habe ich Bergbauplätze brauchen wir viele Sehr gut Haben wir hier mehr Nehmen wir den Cool Du bist auch hier Weil wir müssen das Geld loswerden Ne Wir können nicht die ganze Zeit zu viel haben Deswegen habe ich den Sektor jetzt gekauft Dann haben wir Und wir brauchen sowieso Ein seltener Anblick Mehr von diesem Titan Und die Neuro Für die Neuroimplantate Und die Neuroimplantate werden überall gebraucht Wisst ihr was ich meine? Deswegen ist das wichtig Ja alles cool Auf jeden Fall Wollen wir hier auch erstmal gar nichts großartig machen Das ist nur unser neuer Reserveplatz Und wir müssten dann hier neue Transferroute noch einrichten Vom Mond Zu Veridische Bucht Und dann müssen wir beim Mond nochmal ein bisschen was machen Das ist immer noch zu wenig Da brauche ich noch mehr Transferroute Objektprofil Wird aktualisiert Wir müssen hier oben Jetzt ein neues davon produzieren Dafür sind diese Dinger Und man so sauviele bauen muss Damit es sich überhaupt wirklich Damit es überhaupt wirklich Sinn macht Oh Energieknappheit Und wir haben gerade keine Möglichkeit mehr Einen neuen Firma unter neuem Titel geführt Firmstufe 50 erreicht Oh geil Das kam perfekt Jetzt können wir hier vor noch ein bisschen was Ne Jetzt können wir hier nochmal einen Energiekompensator bauen Und dadurch können wir dann auch hier noch einmal Dann passt das wenigstens wieder Oder fehlt irgendwas Na passt alles Sauber Du bist ganz allein nach oben gekommen Was Schau mal in meinem Hafen vorbei Wir müssen echt 20 Überschuss nach hier transportieren Dafür müssen wir da richtig viele von den Dingern bauen Müssen wir jetzt mal kurz gucken Ich habe ein Angebot für Sie Falls Sie interessiert sind Das machen wir noch Und dann War es das auch mit dieser Folge Ne Davon brauchen wir so viel Davon noch mehr So Jetzt muss ich mal gucken Wird jetzt hundertprozentig irgendwas Deswegen fehlen Ja Och das geht ja Ich hätte jetzt gedacht Da würden Unmengen Ah Diamant fehlt auch Diamant fehlt Diamant werden wir einfach in der anderen Hier hinten nachbauen Da haben wir noch Viel Platz für Diamant Wir machen dort Geschäfte Wo die Geschäfte sind Stattel deinem alten Freund einen Besuch ab Also wir können die Route jetzt schon mal Da müssen wir 20 rüber Bring Passt Verarbeite Informationen Hier machen wir dann Diamanten neu Neue Baupläne verfügbar Ja wir können unser Firmenhauptquartier bauen Geil Wir haben es geschafft Das machen wir dann in der nächsten Folge Ich mache nur noch eben die eine Transfer Neue Transferroute Von Hier Warte gemäßigt Diamant Diamant Über Das wird sowieso nicht von Dauer sein Ich werde die Dinger danach wahrscheinlich wieder abreißen Verarbeite Informationen Das war es dann auch mit dieser Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid Da werden wir dann unser Firmenhauptquartier bauen und in der viridischen Bucht weitermachen Und ja ich würde sagen bis zur nächsten Folge Und ach ja Lasst auch gerne ein Abo da wenn es euch gefallen hat Bis dann Ciao Ciao